Die Manufaktur der Träume in Annaberg-Buchholz hat sich in den letzten Wochen zu einem echten Publikumsliebling gemausert. Obwohl die Gäste das Erlebnismuseum erfahrungsgemäß vor allem in der Advents- und Weihnachtszeit ansteuern, wurden in diesem Jahr bereits zum Ende der Winterferien 15 Prozent der gesamten Gästezahl des vergangenen Jahres gezählt. Das gab es zu diesem Zeitpunkt noch nie. Die bis 3. April laufende Sonderausstellung von großen Träumen und funkelnden Schätzen auf den Spuren einer leidenschaftlichen Sammlerin in Freiberg, Annaberg-Buchholz und Gehlenau ist eine Referenz an Dr. Erika Pohl-Streuer.